Nachdem diese Laderampe hier jetzt grau gestrichen ist und ich die Pflasterung davor vollendet habe, kann ich jetzt eigentlich den Anschluss dazu fertig machen. Und zwar besteht der einmal aus etwas von meinem Basaltsand hier. Das werde ich jetzt mal wieder mit meiner Hinkelröhrerlze hier platt machen. Und auf der anderen Seite, da wo es zum Unkraut den Anschluss hat, natürlich aus schwarzem Sand. Und diesen schwarzen Sand kann ich sofort mit seinem Unkraut mit aufgeben. Und jetzt muss nur noch das Wässern mit dem Leimwasser funktionieren. Und jetzt lass mich nochmal mit dem Weg lernen. Alsogebe ich kurz drei Weitere schwerized zum Zum Weitere immer ab uns vom Weitere peu pesos. Weitere Werteíb was. Vielen Dank. Das erfordert wieder ein bisschen Geduld. Das erfordert wieder ein bisschen Geduld. Das erfordert wieder ein bisschen Geduld. Das wird schon hinhauen. Der nächste Schritt, damit ich überhaupt jetzt weiter vorwärts kommen muss sein, den Unterbau für die Pflasterung aus dem 1 mm Styroform weiterzuziehen. Und die Breite der Schote ist ... Moment, ich teste mal die Breite. Moment, ich teste mal die Breite. Und dazu natürlich auch erstmal anreißen. Okay. 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 Das war's. Jetzt müssen wir das in einem Wasser hier erstmal weit in Sicherheit bringen. Und habe hier jetzt eine Zuschnittschablone, auf die ich einfach mal mit der Schere losgehe. Wenn ich es so finde. Da ist sie. 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 Das war's. Geschafft. Nicht befriedigend, da muss ich gleich noch nacharbeiten. Das war's. Das war's.